Gruber demontiert Baerbock. Sie entlarvt Trittin und Baerbock vor Millionen Zuschauern. Was insbesondere ihre Partei und die anderen Parteien der Ampelkoalition tun, ist eine bewusste Zerstörung von Wohlstand und sozialem Frieden. Frau Buhrs neuer Amtssitz in Brüssel wurde, wie bereits erwähnt, bereits für 8 Millionen Euro renoviert. Monika Gruber äußert sich gegen die Grünen, insbesondere gegen Trittin, und hat einige kritische Worte für sie parat. Es ist wirklich amüsant, wie Frau Gruber sich gegen diese Vorwürfe wehrt, die während der Sendung von Markus Lanz erhoben wurden. Sie stört sich sichtlich an den Vorwürfen der Grünen, insbesondere gegen die Leistungsträger unseres Landes, die als faul oder untätig gelten. Allerdings wissen wir alle, dass in Deutschland sehr hohe Steuersätze gezahlt werden, die teilweise 75 bis 80 Prozent übersteigen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Einkommen Steuer nicht die einzige Steuer ist, die gezahlt werden muss. Auch Monika Gruber äußerte Kritik an Frau Gruber, worauf wir gleich noch eingehen werden. Es ist schockierend zu erfahren, dass Monika Gruber eine so herausragende Karriere hinter sich hat und immer noch mit Vorwürfen konfrontiert wird. Es ist bedauerlich, dass Menschen, die nicht selbstständig gearbeitet haben, oft nicht verstehen, wie viel Engagement und Einsatz eine solche Karriere erfordert. Die Grünen sollten die Auswirkungen ihrer Politik auf die Wirtschaft genauer unter die Lupe nehmen. Eine Politikerin wie Monika Gruber scheint nicht zu begreifen, wie viel Engagement und harte Arbeit nötig sind, um eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Bevor wir uns das Video ansehen, interessiert mich Ihre Meinung dazu, ob die Grünen jemals eine Regierung bilden könnten, insbesondere in einer möglichen schwarz-grünen Koalition. Lass es mich wissen, sehr geehrter Herr Trattin. Bei ihrer Teilnahme bei Markus Lanz waren Sie wieder einmal arrogant und haben über die Demo in Ehing im letzten Jahr gesprochen. Ich freue mich, dass es so nachhaltig in Erinnerung geblieben zu sein scheint. Sie erwähnten auch eine Künstlerin, die noch am selben Tag versuchte, ihr Haus für fünf Millionen zu verkaufen und sich als sozial überlegen darzustellen. Ich möchte klarstellen, dass es wirklich peinlich ist, dass Ihnen so etwas vorgeworfen wird. Menschen wie Frau Gruber kamen zu dieser Kundgebung, um sich für die Energiewende und den Umweltschutz einzusetzen. Sie sprachen nicht nur für sich selbst, sondern für alle. Es geht darum, dass Menschen wie Frau Gruber sich für andere einsetzen, die unter steigenden Heizkosten und Lebenshaltungskosten leiden. Der verrückte Plan der Grünen hat gravierende Auswirkungen auf die Menschen und es ist enttäuschend, dass die Grünen sich mehr für Geschlechterfragen interessieren als für die tatsächlichen Probleme der Bürger. Politiker müssen verstehen, dass hart arbeitende Menschen wie Monika Gruber nicht diskriminiert werden dürfen, nur weil sie erfolgreich sind oder ihr Eigentum verkaufen. Es ist besorgniserregend zu sehen, wie sich die Grünen gegenüber Menschen wie Monika Gruber verhalten, die in ihrem Bereich erfolgreich sind. Es ist an der Zeit, dass Politiker die Auswirkungen ihrer Politik auf die Menschen verstehen und ernst nehmen. Geschieht dies nicht, steht das Land bald vor großen Herausforderungen. Es ist wichtig, dass die Bürger ihr Recht auf Meinungsäußerung und Protest gegen politische Entscheidungen wahrnehmen können, die ihren Wohlstand und Frieden gefährden.